Und dann drücke ich Start und wünsche allen viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Tschöse, bitte. Viel Glück nicht. Crewmate, natürlich sind wir Crewmate. Wir sind immer Crewmate. Ich bin das beste Crewmate. So, Attacke. Wo gehen wir denn zuerst hin diesmal? Meistens wird ja direkt der Reaktor gecalled. Ich gehe mal mit dem Gamer mit. Au, Oxygen jetzt direkt. Auch interessant. Mal gucken, ob er mir hinterherläuft. Der tut er. Ich täusche immer an den Raum, weil damit sieht man immer ganz gut, ob sie dir eigentlich nur hinterher wollen. Oh, ich habe diese beschissene Aufgabe. Diese übel lange, dauernde. Oh, von vorne nochmal. Halleluja. Beschissene Aufgabe, ey. So. Kristalle, Kristalle. Blatt, Blatt. Tier, Tier. Sehr schön. Doom beobachtet mich so ein bisschen komisch. Paul, nicht Paul. Und in der Cafeteria. Dann können wir ja da schon mal ausschließen, dass es Paul diese Runde nicht ist. Ja, das stimmt. Ich und Doom waren gerade oben beim Reaktor. Ich habe gerade noch Kristalle sortiert. Doom hat mich die ganze Zeit, glaube ich, beobachtet, oder? Ich habe da eigentlich schon fest und Bröckel war, glaube ich, bei uns. Bröckel war auch. Leider keinen gesehen, der mir entgegengekommen ist, als ich runtergelaufen bin. Ich war auch beim Reaktor. Äh, ja, aber bist dann auch schon wieder weg ein bisschen, ne? Aber gut. Ja, ich bin jetzt gerade oben rechts bei Admin, dürfte das sein. Ich war oben bei Admin, habe da mal ein Wirring gemacht im Gang und Gamer kam und mit hoch. Okay, Tattoo, du hast ja niemand weiter gesehen, ne? Ne, leider nicht. Ich kam halt von oben, bin dann direkt runter, weil ich hier eine Task habe und dann lag da schon jemand. Schwierig. Paul! Warum? Paul! Doch Paul ist nicht. Ist keiner entgegengekommen von der Cafeteria. Ne, verstehe ich nicht. Also ich skippe. Ich kann nichts sagen. Da würde jemand weggewandt jetzt an. Was mich interessieren würde, ist, wer Killer-Gee und Doom, wieso habt ihr so lange am Anfang gebraucht, bei Launchpad? Das ist das erste Mal, dass ich diese Map spiele. Hilfe, auf die Sprünge, was ist Launchpad? Das ist der Start. Achso, da war eine Task. Ich musste da meinen Benzinkörnis erfüllen. Ja, und eine andere Task mit so einem Pinguin, den man scannt. Alles klar. Schau mal, alle haben geskippt fleißig. Paul ist raus. Das ist schwierig. Ihr wisst ja, wie ich bin. Ich werde jetzt wahrscheinlich direkt die Komposter an Schutz nehmen. Ah, da stehen mir zu viele. Natürlich wird der Reaktor gemacht. Unangenehm. Das kostet mich jetzt richtig viel Zeit. Das hat jetzt richtig viel Zeit gefressen. Das ist natürlich ungünstig. Gehen wir erst mal hoch. Oder gucken wir mal, wo die anderen hingehen. Dann gehen wir mit Rodeo mit. Der geht Kabel machen. Okay. Müsste ja noch da sein, wenn ich jetzt hingehe. Ah, der hat oben eine Task gemacht. Alles klar. Wobei, wir können mal gucken, ob da jetzt der Leiche liegt. Okay. Sieht soweit eigentlich alles safe aus. Killer G ist hier. Interessant. Ah, zu viele, zu viele. 2, 5, 9, 9, 0. So. Ach shit, jetzt sind alle Tasks hier weg. Auch schon wieder so viele auf einer Stelle. 50, 9, 4, 1. Zack. Gib ihm. Haben wir. Freunde, habt ihr schon Calls? Also, ich muss unbedingt meine Tasks schnell fertig machen, weil wir sind mit den Tasks so schnell. Ähm. Die anderen sind gleich alle schon fertig. Dass ich dann derjenige bin, bei dem es hängt. Und das wollen wir nicht. Ich habe noch zwei, die ich machen muss. Oh. What? Oh, ich wollte gerade den Report-Button drücken. Ja, Rodeo hat direkt vor mir Olli getötet. Oh nein. Nachsicherheit. Was haben Sie? Hals, stopp, andersrum wird ein Schuh draus. Ich bin gerade hochgelaufen, du bist hinter Olli her und plötzlich ist Olli in zwei geflogen. Wo seid ihr denn gerade? Wir waren, also ich war mit Olli oben bei diesem Baum. Ist immer, wenn du erwischt wirst, ein richtig guter Call, die Situation direkt umzudrehen, so schnell du kannst. Ist immer guter Call. Und wie wir rundetig an sind, ist Olli schon mal vor, weil ich noch mit der Map beschäftigt war. Und Rodeo ist uns entgegengekommen, hat ihn gekillt. Und ich habe halt ein bisschen länger gebraucht zum Reporten dann. Deswegen wurde es mich, dass er keinen Self-Report gemacht hat. Keine Zeit, ich war total überrascht. Ich laufe hoch, will zu dieser Blätter-Task und plötzlich fällt Olli vor mir auseinander. Das ist... Ich war eigentlich komplett mit ihm die ganze Zeit im Raum, weil ich war ein Admin. Aber jetzt bin ich mir sicher, dass es Rodeo und Gamer sind, die sich vorher gegenseitig gedeckt haben. Dass sie beide oben in Admin waren. Ich habe vorher ja erst mal gar nichts gesagt, weil ich vergessen habe, mich zu entmuten, so. Ich habe vorher niemanden gedeckt. Ich auch nicht. Was klar ist, dass der Rock von dem Oma-Outfit noch? Und dann das Gemetzel. Was meinst du, was ich versuchte, Olli? Ich fand es auch richtig gut, Jenny. Das ist immer eine gute Taktik. Wer wohin? Offensichtlich der, der tot ist. Das ist das Problem. Wie gesagt, ich war gerade mit Rodeo komplett und wir haben uns dann getrennt. Ich bin in Admin gegangen und er nach oben. Genau. Und ich habe Doom nirgendwo gesehen. Ich war die ganze Zeit oben mit Olli. Und Olli kann es schwer bestätigen jetzt. Das heißt aber auch, dass du der Einzige mit Olli oben warst. Ja. Das gebe ich zu, ja. Ach. Skipp. Doom fliegt. Interessant. Hm. Wir machen doch schnell unsere Tasks. Geht das als Geist natürlich schnell. Die Runde gewinnen wir, glaube ich, mit Tasks. Nice, jetzt Reaktor ist ein guter Call. Noch noch schnell meine Aufgabe, dass es an mir nicht hängt. Wenn jetzt alle schnell ihre Aufgaben machen, kriegen wir das sogar noch vor dem Reaktormelter hin. Das war verflucht, knapp, Mann. Ich habe gerade noch so rechtzeitig reagiert, glaube ich. Was? Einen Double Kill habe ich ja jetzt gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, okay, ich stehe da mit drei anderen zusammen, aber passiert nichts. Ich habe gedacht, das haben wir eigentlich safe. Wir waren soweit mit den Tasks. Ich habe gedacht, das haben wir safe. Aber ey, gut gespielt. Bis zum nächsten Mal.